Aktivitäten können in ihrem Innenleben weitere Aktivitäten beinhalten. In anderen Worten, sie können geschachtelt werden. Das wollen wir uns ein wenig genauer ansehen. Zudem treten innerhalb von Prozessabläufen immer wieder Ausnahmesituationen auf. Um diese Ausnahmesituationen abfangen zu können, bietet UML entsprechende Sprachkonzepte an. Diese sind ebenfalls Gegenstand dieses Abschnitts. Wir wollen uns zuerst den Fall ansehen, dass eine Aktion eine andere Aktivität aufruft. Das ist vergleichbar mit einem Unterprogrammaufruf. Das heißt, ich habe normalerweise in einer Aktivität Aktionen und Aktivitäten. Als Aktivitäten sind modelliere ich den Subgrafen der Aktivität in demselben Aktivitätsdiagramm. Dadurch sind Aktivitätsdiagramme aber sehr schnell überladen und nicht leicht lesbar. Alternativ dazu kann ich hergehen und in einer Aktivität eine Aktion spezifizieren, die eine andere Aktivität aufruft. Sehen wir hier an dem Beispiel, wir haben oben das Aktivitätsdiagramm zur Organisation einer Prüfung. Darin gibt es die Aktion ein Zeugnis ausstellen. Ein Zeugnis ausstellen, wie das abläuft, wird aber nicht innerhalb derselben Aktivität spezifiziert, sondern Zeugnis ausstellen als Aktion ruft eine andere gleichnamige Aktivität Zeugnis ausstellen auf. Und wenn man das so angibt, dann ist die Aktion, die den Aufruf tätigt, mit einem kleinen Rechensymbol versehen, das diesen Aufruf signalisiert. Der Vorteil liegt auf der Hand. Das Ganze ist besser lesbar. Und natürlich kann ich die Aktivität, die aufgerufen wird, in verschiedenen anderen Aktivitäten verwenden. Und daher kommt es zu einer besseren Wiederverwendung. Kurz noch zum Konzept des Connectors. Normalerweise werden ja zwei Aktionen über einen Kontrollfluss direkt miteinander verbunden. Es könnte jedoch der Fall entstehen bei einem großen Aktivitätsdiagramm, dass diese beiden Aktionen, die miteinander verbunden werden sollen, relativ weit auseinanderliegen. Und wenn ich die Kante einzeichne, kreuze ich mehrere andere Kanten. Das trägt nicht zur Lesbarkeit bei. Wenn ich das vermeiden möchte, kann ich eben einen Connector nutzen. Das heißt, ich führe einen Connector ein, den ich gleich zweimal im Aktivitätsdiagramm einzeichne. sieht man schön an diesem Beispiel. Von der Quellaktion gehe ich in den Connector, trägt einen bestimmten Namen und dann platziere ich auch einen Connector mit demselben Namen nahe der Zielaktion und gehe da vom Connector zur Zielaktion. Bei der Behandlung von Ausnahmen gibt es zwei grundsätzliche Arten. Den Exception-Händler und den Unterbrechungsbereich. Wir widmen uns zuerst dem Exception-Händler. Der Exception-Händler wird für vordefinierte Ausnahmen verwendet. Das heißt, wir spezifizieren, wie sich das System im Fehlerfall, den ich spezifizieren kann, verhalten soll. Was passiert hier? Wir sehen das an dem Beispiel in dieser Folie. Wenn während einer Aktion ein Fehler auftritt, so soll dieser abgefangen werden durch den Exception-Händler. Das notiere ich, indem ich von der betroffenen Aktion einen Blitzpfeil in den Exception-Händler führe. Der Exception-Händler hat einen Eingangsobjektknoten, der der Exception entspricht. Die Semantik ist die folgende. Wenn nun diese Exception in der Aktion A auftritt, werden von A alle Token entnommen und der Token wird sozusagen an den Exception-Händler übergeben. Der führt die Ausnahmebehandlung durch. Damit substituiere ich das restliche Verhalten von der Aktion A durch den Exception-Händler. Und wenn der Exception-Händler mit der Ausnahmeprozedur fertig ist, übergibt er den Token quasi wieder an die Aktion A und die Aktivität geht im regulären Ablauf weiter. Hier sehen wir noch ein praktisches Beispiel für einen Exception-Händler. Es geht dabei um das Drucken der Prüfungen und die Ausnahmen passieren quasi am Drucker. Das heißt, wir starten und erzeugen eine Prüfungsangabe. Nachdem die Prüfungsangabe erzeugt wurde, wollen wir die Prüfungsangaben drucken. Während des Druckens kann natürlich am Drucker ein Papierstau auftreten. Wenn dies der Fall ist und ein Papierstau tritt auf, werden wir diesen Papierstau lösen und es geht weiter im normalen Ablauf des Druckens der Prüfungen. Was auch noch passieren könnte, ist, dass uns im Drucker das Papier ausgeht. Das heißt, wenn das Papier ausgeht, setzen wir zwei Aktionen. Wir holen ein Papier und legen es in den Drucker ein und damit geht es weiter beim Drucken der Prüfungen. Nachdem wir das Drucken abgeschlossen haben, sollten wir uns sicherheitshalber noch einmal fragen, haben wir auch genügend Kopien, genügend Angaben gedruckt. Wenn das der Fall ist, sind wir fertig und sonst drucken wir weitere Prüfungsangaben. Wir haben noch ein weiteres Beispiel für einen Exception-Händler und den Vergleich mit Try & Catch in Java. Das heißt, wir haben hier entsprechend dem Drei-Teil in Java eine Aktion, die zur Berechnung von Werten dient. Und wenn während der Berechnung von Werten die Ausnahmesituation, nämlich eine Division durch Null auftritt, wäre der Catch-Teil in Java, so wird das Exception-Handling angestoßen. Es sei darauf hingewiesen, wenn für einen Ausnahmetyp keine Ausnahmebehandlung existiert, so wird die betroffene Aktion beendet und die Ausnahme nach außen propagiert. Die zweite Art der Behandlung von Ausnahmen ist jene mittels Unterbrechungsbereichs. Während Exception-Händler substituierend waren, sind es jene des Unterbrechungsbereichs nicht. Wie funktioniert das beim Unterbrechungsbereich? Das heißt, wir spezifizieren einen Unterbrechungsbereich, in dem wir mehrere Aktionen einschließen. Sehen wir hier an dem Beispiel schön. Der Unterbrechungsbereich ist eine Ära, die mit einem Rechteck mit abgerundeten Kanten und strichlierten Linien dargestellt wird. Hier haben wir den Unterbrechungsbereich, der die Aktionen B und C einschließt. Wenn nun innerhalb dieses Unterbrechungsbereichs das asynchrone Ereignis E auftritt, das diese Ausnahme signalisiert, so werden alle Token aus dem Unterbrechungsbereich entfernt und wir gehen zur Ausnahmebehandlung weiter. Wir haben wieder den Blitzpfeil, mit dem ich die Ausnahmebehandlung starte. In diesem Fall, wenn also das Ereignis E eintritt, gehe ich mit dem Blitzpfeil zur Ausnahmebehandlung in D. Dann wird die Ausnahmebehandlung in D durchgeführt. Das Ganze ist jedoch nicht substituierend. Das heißt, ich gehe nachher nicht mehr von D in den regulären Ablauf zurück. Das heißt, es kommen keine Token in den Unterbrechungsbereich zurück, sondern es wird von D aus, von der Ausnahmebehandlung, einfach normal weitergegangen. In diesem Fall geht man nach D direkt in den Aktivitätsendknoten und die Aktivität ist abgeschlossen. Wir sehen hier noch einmal ein Beispiel zur Absolvierung einer Lehrveranstaltung. In diesem Falle haben wir einen Unterbrechungsbereich definiert, bei dem eine Fehlermeldung abgefangen wird. Das wollen wir kurz demonstrieren. Das heißt, zu Beginn registrieren wir uns für die Lehrveranstaltung. Nachdem man für diese Lehrveranstaltung angemeldet ist, besucht man die Vorlesung und führt die Übung durch. Wenn beides abgeschlossen ist, nimmt man an der Prüfung teil und danach erhält man ein Zertifikat. Es kann jedoch in diesem Bereich, den ich als absolvierender Lehrveranstaltung bezeichnen würde, der Fall auftreten, dass ein Studierender sich abmeldet. Diese Abmeldung wird abgefangen und sind entsprechende Aktionen innerhalb von Vivtro Student gesetzt. Und dann kehrt man natürlich nicht mehr in den regulären Ablauf der Lehrveranstaltung zurück, sondern es wird unmittelbar dieses Aktivitätsdiagramm beendet. Mit diesem abschließenden Video zur Schachtelung von Aktivitäten, zum Aufruf von Aktivitäten und zur Behandlung von Fehlersituationen haben wir alle wesentlichen Werkzeuge zur Modellierung eines Aktivitätsdiagramms kennengelernt. Sie sind also jetzt in der Lage, Geschäftsprozesse oder den Ablauf einer Methode oder ganz generell Prozesse mit Hilfe der UML zu modellieren.